Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Portfolios. Viel Spaß damit. Ich habe in letzter Zeit öfter die Frage gestellt bekommen, wie ich das denn handhabe mit meinem Portfolio. Und diese Frage möchte ich heute mal so ein bisschen aufbohren und mal genauer erklären. Zuerst einmal muss man ja natürlich sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Online- und einem Offline-Portfolio. Ich empfehle jedem Fotografen auch ein Offline-Portfolio zu haben. Das bedeutet, dass ich die Bilder tatsächlich irgendwo habe, wo ich auch ohne Internetverbindung rankomme. Und im Idealfall ist das tatsächlich ein ausgedrucktes Portfolio. Das heißt, ein Buch, ein richtiges Buch, was man seinem Kunden oder seinem potenziellen Kunden dann in die Hände drücken kann, damit der da mal durchblättern kann. Das hat irgendwie eine ganz andere Wertigkeit, als wenn ich das Ganze nur auf einem Tablet zeige. Und dementsprechend habe ich mir jetzt auch endlich mal ein richtiges Buch erstellt, wo das Ganze dann zu sehen ist. Wenn ihr dazu Fragen habt oder das Ganze mal näher sehen wollt, dann werde ich dazu natürlich auch ein Video machen. Dann postet es einfach mal unten in die Kommentare, wenn es zum Thema Offline- bzw. Print-Portfolio dann mal ein Video geben soll. Ansonsten möchte ich mich heute mal um das Thema Online-Portfolio kümmern, denn das ist eine ganz wichtige Sache. Denn bevor man überhaupt jemandem sein Offline-Portfolio, das heißt sein Print-Portfolio, in die Hand drücken kann, muss natürlich der Kunde dich erst mal finden. Und heutzutage googelt halt einfach jeder und dementsprechend ist es ganz besonders wichtig, dass jeder Fotograf auch ein vernünftiges Online-Portfolio hat in Form einer Webseite. Und dazu möchte ich heute einfach ein paar Tipps geben. Und du siehst ja jetzt auch schon hier, dass ich mal mein Portfolio hier einfach mal im Hintergrund laufen habe. Das ist ganz, ganz neu und ich habe da auch verschiedene Gründe, warum das neu ist, die ich jetzt mal näher erläutern möchte. Ich habe damals angefangen, mit WordPress zu arbeiten und ja, ich war schon immer so ein Bastler, aber das ist halt nicht für jeden was. Und gerade die Leute, die einfach wirklich nur Bock haben zu fotografieren und halt nicht so technisch versiert sind und auch nicht so darauf aus sind, jetzt jedes Pixel genau zu setzen, für die ist das halt einfach nur nervig. Und dementsprechend suchen diese Leute eben eine Plattform oder einen Anbieter, wo man das sehr, sehr simpel gestalten kann. Und da gibt es glücklicherweise inzwischen sehr gute Anbieter, wo man wirklich mit wenigen Mausklicks ein sehr gutes Portfolio sich bauen kann in auch einer sehr geringen Zeit. Also ich habe dieses Portfolio jetzt hier wirklich, ich müsste jetzt lügen, aber es waren so anderthalb Stunden ungefähr, habe ich gebraucht, um dieses Portfolio jetzt aufzubauen. Und das wirklich mit wenigen Mausklicks und da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich mit, weil man muss sich halt einfach nicht mehr mit diesem ganzen Thema drumherum beschäftigen, sondern es geht einfach wesentlich schneller und einfacher. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Anbieter und ich möchte dir heute jetzt mal einen vorstellen, wo ich mich selber so sehr wohl mitfühle und da gibt es dann auch eine kleine Hintergrundgeschichte noch dazu, die ich auch gleich erzählen möchte. Es geht hier um Jim Du. Jim Du ist schon ein bisschen länger am Markt. Ich bin jetzt aber erst vor kurzem auf sie aufmerksam geworden. Und als ich dann angefangen habe, mich da so ein bisschen reinzuarbeiten, kam dann auch eine Nachricht von denen, ob ich nicht mal Bock hätte, ein Video zu machen darüber. Also das werde ich jetzt hier auch ganz offen kommunizieren, dass es da eine Kooperation mit Jim Du gibt. Ich habe gesagt, okay, ich werde das machen, weil ich das cool finde. Also ich werde hier euch auch wirklich nur Produkte empfehlen, die ich selber cool finde. Ich habe das Ganze auch, wie gesagt, lang und breit getestet und ich habe dann aber gleichzeitig auch gesagt, es muss natürlich, wenn ich jetzt hier irgendwas empfehle im Video, muss es natürlich auch irgendeinen Mehrwert für euch haben, außer dass ich jetzt hier ein bisschen über Jim Du labere. Und dementsprechend haben die Jungs und Mädels mir für euch einen 15% Rabattcode gegeben, wenn ihr denn dann Jim Du nutzen wollt. Jim Du ist an sich kostenlos, aber es gibt natürlich auch eine Pro-Version. Dazu erzähle ich dann später auch nochmal ein bisschen was. Und dazu gibt es dann einen 15% Rabattcode. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es den entsprechenden Link, wie ihr dann an diesen 15% Rabattcode kommt. Um mit Jim Du zu arbeiten, solltet ihr einfach auf www.jimdu.com gehen. Dort könnt ihr euch registrieren und dann werdet ihr auch direkt gefragt, was ihr denn für eine Webseite haben wollt. Ihr könnt nämlich neben einem Portfolio auch eine ganz normale Webseite für ein Business erstellen. Ihr könnt einen Blog erstellen und sogar einen Online-Shop, was richtig, richtig cool ist. Und dementsprechend könnt ihr als Fotografen sogar dort eure Bilder zum Beispiel verkaufen. Als nächstes kannst du dir dann ein Design auswählen, was du später natürlich auch noch bearbeiten kannst oder aber auch nochmal auswechseln kannst, je nachdem, was dir dann gefällt. Ich fange jetzt aber einfach mal mit einem leeren Layout an und füge meine Inhalte selber ein. Und du siehst jetzt im nächsten Schritt auch schon, wie diese Seite dann letztendlich leer erstmal aussieht. Jetzt kann man eine ganze Menge machen. Du kannst dir hier ein Logo hochladen und Texte erstellen und Bilder hochladen. Und das Ganze ist sehr intuitiv gehalten. Das heißt auch jetzt hier, wenn ich zum Beispiel das Menü ändere, dann kann ich hier Menüpunkte hinzufügen und entsprechend werden auch dann direkt die Seiten dazu erstellt. Sehr, sehr cool. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Überschriften erstellen, Texte und dann auch meine Bilder. Ich habe mir jetzt meine Seite hier schon mal erstellt und ich kann jetzt hier einfach reingehen und die Sachen wieder ändern, wie ich es gerne möchte. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel über den Text rüberfahre, dann kann ich hier einfach anfangen, diesen Text zu ändern. Und dann wieder auf Speichern klicken. Genauso gut kann ich hier jetzt meine Bildergalerie, die ich hier auf der Startseite habe, bearbeiten, indem ich hier einfach mal einen Klick drauf mache. Dann kann ich hier weitere Bilder reinziehen oder ich kann hier auch die Bilder in der Sortierung ändern. Ich kann Bilder löschen. Ich kann Bilder nach rechts oder nach links drehen. Ich kann hier auch das Layout dieser ganzen Galerie verändern, indem ich hier zum Beispiel Vertikal anwähle. Dann sind alle Bilder von der gleichen Breite. Ich kann auch das Ganze in einer Rasteransicht machen und dann die Bilder größer oder kleiner darstellen lassen, mit Rand oder ohne. Ich kann das Ganze auch als Slider darstellen lassen. Da werden alle Bilder dann hier so einzeln dargestellt und ich kann hier weiterklicken. Also da hat man eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man das Ganze grafisch darstellen kann. Ich würde dir empfehlen, dass wenn du verschiedene Kategorien darstellen möchtest, wie ich es jetzt hier zum Beispiel tue mit Architekturfotos oder darunter auch mal People-Fotos, dass du pro Kategorie maximal 20 Bilder hochlädst. Also du solltest auf keinen Fall anfangen, dein Portfolio als Bildablagefläche zu nutzen, wo du wirklich jedes Bild hochlädst, was du irgendwie mal geschossen hast, sondern präsentier wirklich deine besten Fotos, die du hast. Denn nur deine besten Fotos gehören meiner Meinung nach in ein Portfolio, damit du den Kunden auch wirklich zeigst, was du drauf hast und nicht, dass die völlig verwirrt sind und am Ende denken, naja, das sind dann doch eher relativ mittelmäßige Bilder. Nein, die sollen wirklich sehen, was deine besten Arbeiten sind und dann werden sie dich entsprechend auch buchen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch mal auf die Über-mich-Seite gehen. Da habe ich hier einen kleinen Text zu mir geschrieben mit einem Foto von mir dazu. Dann kann ich hier entsprechend in den Text reingehen und das Ganze wirklich wie in Word bearbeiten, fett machen, kursiv das Ganze, Aufzählungslisten und so weiter erstellen, Links erstellen und so weiter und so fort. All das ist möglich, wirklich und das Ganze ist sehr, sehr einfach gehalten. Also wirklich was für Leute, die eben nicht Bock darauf haben, sich ewig mit ihrer Homepage auseinanderzusetzen, sondern die schnell und einfach zu einer Lösung kommen, weil genau für solche Leute ist Jimdo gedacht. Was auch nicht fehlen darf, ist ein kleines Kontaktformular und auch das kannst du ganz schnell anlegen mit Jimdo. Da gibt es sogar die Möglichkeit, entsprechend dir hier Vorlagen rauszusuchen und dann musst du wirklich nur noch eingeben, wie die E-Mail-Adresse lautet, an die diese Nachricht geschickt werden soll. Daneben kann man noch ein kleines Foto einblenden und so weiter. Aber das ist wirklich innerhalb von einer Minute erstellt, so ein Kontaktformular und du siehst, wie einfach das funktioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel das komplette Design nochmal ändern möchte, dann kann ich hier einfach mal auf Design klicken und dann kriegt man hier oben nochmal eine Ansicht, wo man aus ganz vielen verschiedenen Templates wählen kann und dann diese auch nochmal extra bearbeiten kann. Also man hat hier wirklich eine ganze, ganze Menge eigene Sachen, die man ausprobieren kann. Man kann auch ein komplett eigenes Layout entwerfen. Das ist dann schon wieder für Leute, die sich dann doch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen wollen. Aber ich kann zum Beispiel hier auch die einzelnen Überschriften bearbeiten, indem ich hier einfach mal auf Style klicke. Dann kann ich hier wirklich ins Detail Styling gehen und dann hier zum Beispiel diese Überschrift ändern. Und das ändert sich dann auch auf allen Seiten. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte die Schriftfarbe mal ändern auf zum Beispiel ein Rot. Einfach mal jetzt gemacht. Sieht zwar mega hässlich aus, aber damit ihr einfach mal seht, wie man das Ganze macht. Dann klicke ich hier auf Speichern und dann sind alle Überschriften in dem gesamten Design rot gehalten. Wenn ich jetzt auf Portfolio zum Beispiel gehe, dann wirst du auch hier sehen, dass die Überschriften jetzt auf einmal rot sind. Genauso gut könnte ich jetzt hier zum Beispiel noch einen eigenen Blog starten. In meinem Fall mache ich das jetzt nicht, aber die Möglichkeit besteht. Und man kann sich zum Beispiel auch Statistiken angucken. Aber genau dafür ist jetzt auch mal dieser 15% Rabattcode dann gedacht. Denn diese Statistiken, die kann man sich dann anschauen, wenn man Jimdo Pro oder Jimdo Business hat. Ich würde hier zu Jimdo Pro raten. Das kostet 60 Euro im Jahr. Mit dem 15% Rabatt kriegt ihr dann sogar noch einen günstigeren Preis raus. Und dann habt ihr zum Beispiel auch eine vollwertige DE-Domain in der ganzen Geschichte mit dabei. Also allein dafür zahlt man ja im Jahr schon bei anderen Anbietern auch ein gewisses Entgelt. Und hier hat man das komplette Hosting noch mit dabei und diesen wunderschönen Homepage-Baukasten. Das war nun mal ein ganz kleiner Einblick, was man mit Jimdo machen kann. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann schaut auf jeden Fall mal auf der entsprechenden Seite vorbei. Und guckt euch einfach mal an, was man da alles einstellen kann. Wie gesagt, es ist sehr, sehr intuitiv. Man braucht da keine großen Anleitungen, ansonsten gibt es da natürlich auch noch mal Hilfe vom Jimdo Team. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Auch generell einfach zum Thema Portfolio sei noch mal gesagt. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man ein Online-Portfolio hat, damit man einfach diesen Erstkontakt für die Kunden schon aufbauen kann. Und im weiteren Schritt ist dann natürlich ein Offline-Portfolio auch essentiell. Du siehst jetzt, wie schnell man so eine Webseite hier mit Jimdo erstellen kann. Wenn du dir dann ein bisschen Zeit nimmst und ich sage mal, innerhalb von zwei Stunden sollte das möglich sein, hast du hier eine wirklich richtig coole Seite, ein richtig cooles Portfolio. Und du musstest wirklich keine Vorkenntnisse dafür haben, sondern es ist wirklich alles sehr, sehr intuitiv gehalten. Ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Schreib doch einfach mal in die Kommentare. Wenn du auch schon eine Jimdo-Seite hast, dann poste doch einfach mal unten den Link. Es würde mich natürlich sehr interessieren, wie die verschiedenen Jimdo-Seiten aussehen. Man hat hier wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, mit dem Design auch zu arbeiten. Und ja, da würde mich einfach mal so ein bisschen interessieren, was man da so daraus zaubern kann. Also poste es mal unten in die Kommentare. Natürlich auch, wenn du weitere Fragen hast zum Thema Portfolio. Wenn du dir auch ein Video mal zum Printportfolio wünschst, dann poste auch das unten in die Kommentare. Und natürlich findest du unten auch in der Videobeschreibung nochmal den Link zu den 15% Rabatt bei Jimdo. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gib gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren, Bearbeiten und Erstellen deines Portfolios. Bis dahin. Ciao.